Hallo Leute, wir fahren heute zur Burg Kreuzenstein. Die ist zwischen 11. und 12. Jahrhundert erbaut worden. 1645 ist sie von den Schweden erobert worden. War die einzige Eroberung ohne Krieg, weil sie es nie erobert worden, aber die Schweden haben es ohne Krieg geschafft. Sie haben aufgegeben, weil sie wenig Soldaten gehabt haben. Die Schweden haben die Burg komplett zerstört, sie haben es gesprengt. Dann war sie 1800 dann eine Ruine und im Dreißigjährigen Krieg ist sie dann komplett zerstört worden und im 19. Jahrhundert ist auch wieder aufgebaut worden. Also sie hat viel Geschichte. Sie ist komplett erneuert worden, so hergestellt worden wie sie war. Sie ist wunderschön, eine der schönsten Burgen, was ich euch zeigen kann. Sie haben es komplett wieder so rekonstruiert wie sie früher mal war. Na gut, dann melden wir sich dann bei der Burg Kreuzenstein. Bis später. Bis später. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020